Hallo meine Lieben, ich möchte euch mal unseren Baloo vorstellen. Das ist unser erstgeborener aus dem Bewurf von der Gloria und wir möchten euch gerne einladen am 10. Juni zu unserem Nail Designer Barbecue. Es geht mittags um 12 Uhr los und das Ende ist offen und wir werden Workshops geben. Der Thomas wird unser allseits beliebtes Barbecue machen für euch mit selbstgemachten Burgern und wir hoffen auf jeden Fall auf ein reges Interesse und wir freuen uns auf euch. Ich bringe den Baloo jetzt erst mal wieder zu seinen Geschwistern. Die Workshops, die wir an unserem Barbecue machen für euch, das werden drei verschiedene sein. Das eine wird die Philomena machen, die wird einen Mixmedia Workshop anbieten, wo eigentlich viele von unseren Produkten zusammen verarbeitet werden. Die Tanja wird Aquarellmalerei mit Color Culture Gel machen und ich werde den eleganten formschönen Nagel zeigen. Einmal in Gel und einmal in Acryl. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch hinterher in der Akademie auslassen und euch gegenseitig die Nägel noch machen. Ich werde da auch mal drüber schauen, wenn ihr wollt. Ja und ansonsten werden wir hoffentlich einen richtig, richtig tollen Tag verbringen, wo wir schön lange noch zusammensitzen können und ich wünsche uns auch richtig tolles Wetter, so wie wir es die letzten Jahre hatten. Und ich freue mich auf euch. Das Barbecue ist natürlich für euch kostenfrei. Alle Kosten übernehmen wir. Und unsere kleinen Hühnchen, die sind natürlich auch da. Um an dem Event teilzunehmen, braucht ihr eigentlich nur euch in unserem Shop registrieren und dann klicken, also das Barbecue anklicken. Das steht da mit 0 Euro und das ist, wenn ihr dann von dem Shop eine Eingangsbestätigung kommt, ist das eure Eintrittskarte. Ihr seid nicht verpflichtet, irgendetwas zu kaufen, sondern ihr klickt einfach nur das Barbecue an und dann auf Selbstabholung. Dann habt ihr auch keinen Versand dabei und dann geht die Bestellung an uns raus und dann wissen wir, dass ihr kommt. Ja und jetzt hoffe ich mal, dass ganz, ganz viele vorbeikommen, damit wir mit unseren Welpen einen richtig schönen mehr Designer Barbecue machen können mit euch. Tschüss. Und jetzt kommen noch ein paar Impressionen aus den letzten Jahren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020